So, ich steig jetzt aus. Wo ist der Agrovektor hin? Dahin! So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde, ähm, ja, Landwirtschaftssimulator mit dem Dennis. Hallo. Wir fliegen hier gerade ein bisschen mit, äh, mit dem Scadia-Truck und dem Radlader durch die Gegend und dem Tieflader. Ja, wir drehen uns ein bisschen zu viel im Kreis, das beende ich mal eben kurz. So. Lass mich mal kurz... Und jetzt in die andere Richtung, komm schon. Lass mich mal kurz zum Hof fahren, ich möchte dir den Haufen zeigen. Okay, genau. Genau, das müssen wir machen, das ist ja bitte nachher auch mein Thumbnail, also. So. Lass mich wieder drehen. Alter, ist das dämlich, ey, so. Ich, 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 ich fahr mal kurz das Ding in hier hoch. Ja. Ja, ich hab das, ich hab grad aber schon den, den Truck ein bisschen hochgefahren. Ähm, Truck hochfahren, Truck hochfahren. Boah, lass es. Alter, ich, ich hab keine Kontrolle mehr über das Ding. Wo sind wir hier eigentlich? Du fährst grad Richtung Hof, nicht so Richtung Händler. Boah, jetzt lass die Schaufel unten. Alter, ey. Das ist richtig lustig. Wie viel Spaß mehr mit so einem Radladen, einem Truck und so Dinger. Wirst du doch ganz gut fahren, ab und zu vielleicht mal hinten das, eben das, so. Äh, ich hab das Ding überholt. Anstand. Anstand. Alter, ey. Wär ich jetzt nur umgekippt. Jetzt. Ja, dann flieg doch mal zum Händler. Genau. Genau, ich flieg jetzt zum Händler. Nein, 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 lass doch. Oh, nein. Abputzen doch ein bisschen ernst und jetzt, vielleicht muss man sich auch mal austoben, ne? So, ich möchte das, äh, mal. Der Radlader ist mal wieder weg. Ach, wenn man aussteigt. Der ist noch dran, der ist noch dran, der ist noch dran, das schaff ich noch. Warte, warte. Soll ich dich wieder hochfahren lassen? Warte. Komm schon. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Ne, komm, ich kuppel ab. Ne, abkuppeln genauso. Wir machen hier die ganze Zeit einen Scheiß. Du hast wieder angekuppelt. Ja. So, jetzt aber. Fahr mal, ähm, mit irgendeiner Taste kannst du hinten die, das Ding da, ah, schon wieder angekuppelt. Ja. Mit irgendeiner Taste kannst du hinten diese Auffahrbretter da ausfahren, zur Seite. Mach das mal. Muss mal da oben die Beschreibung durchlesen, da. Äh, Taste, äh, warte. Halt, halt. Warte, warte. So genau. Warte, wie sieht denn das aus? Das weiß ich gar nicht. Wie kann ich das, äh... Weißt du, wieder abkuppeln? Äh, gut, wieder nochmal auseinanderfahren? Halt, ne, ich möchte dir jetzt erstmal das Knoll zeigen. Gut, dass du gerade runter bist. Soll ich einfach mal eiskalt in der Luft den Hänger... Maaahhh... Jetzt hängt der doch schon hinten wieder dran. Äh, gar nicht. Gut. Soll ich mal in der Luft, wenn wir fliegen, den Hänger abkuppeln? Das wäre eine Möglichkeit. Wobei, ich bin ja gerade auch schon einmal 100 Meter durch die Luft geflogen. Also, in 100 Metern in der Luft geflogen. So, also, das sind unsere gesamten Ersparnisse. Ne, ich hab noch 2 Millionen. Achso, jetzt schon wieder. Äh, fahr mal zurück. Ich ist noch nicht abgekoppelt. Ja, deswegen, ich bin gerade dabei. Ähm, wir schaffen das. Zusammen sind wir stark. Ja. Ich hol zu Not noch das ATV. So, ich kuppel ab. Ja, jetzt kannst du wieder ankuppeln. Ja. Jetzt kommst du nicht mehr los, ne? Ja, steck an der Laterne fest. Aber warte, hol halt ATV wieder da hinten auf der Straße. Warte, warte, warte. Ja, nice. Ich weiß halt, wie man das macht. Ja. Wir haben es halt drauf, ne? Jo. Warte, ich hab mal abgekuppelt. Ich möchte mal da oben drauf gehen. Auf den, ähm... Ja, Farming-Shop. So, da ist noch ein Truck schön. Wie bist du denn da hochgekommen? Über die Balken hier? Ja, über diese Stahlträger da. Okay. Oh, da komm ich gar nicht hoch. Ist schwierig, du musst genau mit dich positionieren. Also, ist nicht ganz einfach. Gerade für dich nicht. Ah, halt die Klappe. Loll, im Farmshop selbst ist ein Einkaufssymbol. Ja, da kannst du in den Farmshop, in den Landhändler reingehen. Ehrlich? Ja. Ja, das passt schon. Ja, ich bin oben drauf. Ich komm dir gleich, glaub ich, mal entgegen geflogen, ne? Warte mal, nein, 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 lass mal, lass mal, lass mal. Ich möchte hier... Äh... Ja. So, Screene gemacht. Für Zampnell. Scheiße, ich bin nicht getappt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Was ist denn das für ein Shit? Ich kleb hier ja gar nicht fest. Da haben wir doch irgendein Fahrzeug. So, ähm... Bin wieder beim Knäuel. Wer übrigens die volle Aufnahme sehen will, der geht bitte zum... zum... zum Dennis auf den Kanal. Ja, das ist mein 100-Abonnenten-Special. Ah, jetzt, 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 jetzt klebt er wieder, jetzt klebt er wieder. Oh, ich wollte doch eigentlich noch in den Knäuel fahren. Stell mich mal bitte wieder auf den Boden ab. Okay, ähm... Boden, Boden, wo ist der, wo ist der noch gleich? Boden, wo ist's unten? Da! Gut, jetzt, jetzt lass mal, bitte. Ne, du musst dich jetzt wieder freibaggen. Ah, Alter! Jetzt kannst du wieder den Boden von unten. So, warte. Jetzt sachte. 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 Jetzt hau ich auch über das Roll. Äh, ja, wir kleben hier, glaube ich, irgendwo so ein bisschen. Ich hoffe mich gerade. Gut, da wird's fertig. So, ein bisschen drehen. Ja? Das reicht? Ja, ja! Halt. Ja, der Radlader steht wieder ein bisschen hinten hoch. Jetzt nochmal wieder in den Berg rein und dann geht's aber ab hier. Warte, das möchte ich jetzt nur einmal für die Aufnahmezeit. Wieso? Oh, Scheiße. Ich habe Case im Weg. Ja, da steht auch genug von dabei, ne? Ich habe ja mittlerweile um 13 von den Case mit den Rädern. Und ich glaube, ich hoffe mir gleich aus Frust noch einen. Ja, warte, warte, warte. Der Platz wird knapp. Der Platz wird knapp. Ja, Platz wird echt knapp. Verstehen ein bisschen viele. Ey, jetzt habe ich eine Idee. Wir müssten eigentlich gleich mal da hinten auf der Landstraße im Stuhlfeld 1. Jetzt rein! So! Jetzt hoch! Schnell! Scheiße, wir haben nichts mit rausgeholt. Doch einen Case haben wir mit hochgefliegen lassen. Nice. Wir sind aber auch richtige Hochstarre. Setz mich runter, setz mich runter. Oh. Das passt nicht ganz so. Ja, wir sind hoch drauf. Woanders hin, woanders hin, woanders hin. Ja, flieg mal. Schleide lieber so weg. Nein, nein, warte. Oh, warte, noch nicht hoch drauf. Ja, geh runter, geh runter. Los, komm schon, da bleiben wir jetzt drauf stehen. Da bleiben wir jetzt drauf stehen. Nein! Doch, nein! Nein, nein, nein! Scheiße! Warte mal, ich versuche mich mal zu drehen. Ich mich auch. Ähm, kannst du mal kurz mich hoch fangen? Ja, das geht nicht. Ich hatte mich gerade hier... Warte, jetzt könnte es wieder klappen. Ne, ich bin irgendwie wieder nicht mehr fest. Scheiße. Ich hol mir mal kurz ATV. So, jetzt, jetzt klebe ich wieder fest. Nice. Äh, jetzt hör auf, hör auf. Ja, das ist nur so ein bisschen, das ist sehr schwer zu kontrollieren. Na gut, wir kleben irgendwie halb hier drauf, ne. Aber wir müssen jetzt eigentlich mal auf die Landstraße Richtung Feld 1 drauf. Und dann so bei 70 kmh, dann beame ich uns mal hoch. Mit Bockgeschwindigkeit. Ja! Sieht ja schon besser aus. Und weg hier. Mit dem nicer, nicer Plus. Geh wir mal Rollentausch. Du willst auch, ne? Ja! Warte mal, aber einmal müssen wir nochmal auf der Landstraße fahren. Ja, ich fahr kurz. Rückwärts. Schaffst du das? Ja. Jetzt geht. Ich dachte schon, ich müsste dich jetzt wieder hier entbaggen. Bisschen wirbel. So. Ey, genau, jetzt mach ich das, glaub ich, gleich mal. Die Flüge mach ich, glaub ich, mal auf, ähm... Auf der Innenseite, wobei, ich hab grad erst gedacht, ich hab grad erst so gedacht, billiger fliegen, aber dann hab ich wieder gedacht, naja. Der Truck kostet 300, der, 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 der Radlader 100 und der Hänger bestimmt nochmal 50.000. Also, das ist teuer. Da ist nicht billiger fliegen. Ja. Jetzt gibt's ja so Flugzeugnot für Landwirtschaftsmonator. Ja, man kann sich, glaub ich, irgendwie so ne... Ja, hab ich schon mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nicht mehr genau, welcher das jetzt war, welcher... So. BAM. Rinder. Rinder, Kühe... Zurück, runter, 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 runterlassen. Sofort runterlassen. Das sieht heftig aus. So. Kannst du fahren? Ja. Dann fahr jetzt auf die Landstraße. Einfach der Straße folgen. Weil dann machen wir nämlich gleich mal bei 70 kmh, gleich mal. Das wär bestimmt geil. Da hängt, da hängt auch richtig gleich hinterher, ne? Ja. Also bei dem Akkuleiners, genau so, der macht einen Vollakku. Nee, aber schon ganz geil. Kann man so ein bisschen hier Drift-Challenge machen. Ja, warte, warte, bei der nächsten Kurve. Das kann ja mal so werden. Überschlagsgarantie. Nee, Überschlag, warte, Überschlag geht so. Egal, komm, fahren wir mal weiter, ja? Ist einfach die Straße komplett entlangfahren, sagst du mir einfach, wenn du 70 kmh erreicht hast. Wenn's geht, einigermaßen gerade. Ja, wow, bei mir zeigt er sogar die 70 kmh auch an. Oh, mein Feld ist vergammelt. Cool. Naja, hat nicht viel gebracht, aber komm, wir haben jetzt die 100 kmh voll, ne? Oh, cool. Nee, da müsstest du jetzt mal sehen, die Räder, die sind hier irgendwie voll. Die Räder, die waren da voll, keine Ahnung, wo unter bin ich weg? Alter. Ich hab dich eiskalt abgeguckt. Wie denn jetzt bei mir aussah, du warst einfach weg. Komm, drehen wir die Kiste mal wieder. Und flups, aber weg. Ich frag mich, ob meine Abonnenten sagen werden. Ich mein, von dir sind sie halt ja gewohnt, aber von mir? Ich glaub, ich nenne die Folge, denn es ist auch für Wirbel. Komm, Räder hat den gemacht und dann warte ich schon mal kurz ein ATV und dann will ich mal den Räder steuern. Boah, ich glaub, wir müssen einfach Fahrzeuge verkaufen. Ach, Quatsch, haben wir genug Geld? Nee, wegen Lexus. Ach so. Gerade 15 FPS. Jetzt hab ich wieder 28 FPS und gerade hab ich die ganze Zeit immer bei Aufnahmen, aber ich hatte die ganze Zeit immer 8 FPS gehabt. Oder mal 10, wenn es hochkam, auch mal 14. So gerade ein flüssiges Bild, aber passt schon. Ja, deswegen ist die Windräder noch flüssig. War aber trotzdem voll geil. Ja. Da geht's auch hauptsächlich eigentlich um den Ton und so. Ich glaub, wir können... Ach, das geht tatsächlich cool. Ich muss mal ein Räder von zu kaufen, oder? Nee, zurücksetzen nicht, das ist zu günstig. Warte mal, so andere Angebote. Ein Grimme Rooster, ähm. Warte, ich hab grad ATV geholt. Zuhause über Ernten benötigt vorher Blatthäcksler. 64.000, kaufenbar. Es klappt, es klappt. ATV kommt geflogen. Ja. Ich glaub, das verschneller ich die Szenen, die die Fahrszenen. Das ist zu einem Einsatzort. Nein, du hast es zurückgesetzt. Ich glaub, wollte ich einsteigen. Das wollte ich noch essen. Du kannst jetzt mit dem Radlader zurück. Warum, ich ruhig gleich ab? Du kannst ja schon mal hinterher fahren. Mit dem Radlader? Jo. Dadurch ziehst du erst mal das ATV weg. So ein paar Kameras schafft er schon, ne? Aber ist schon geil, ne? Ja. Du musst auch noch mal gucken, wie ich das mach. Ich mein, ich hab jetzt so ein 100 Abonnenten-Special, 200... Ach, 200. Zwei Stunden. Das ist heftig. Und vor allem hab ich gemerkt, wie die, ähm... Die Konzentration nicht, die Ernsthaftigkeit immer weniger geworden ist, ne? Ja. Bei euch war es ja eigentlich schon von Anfang an gar nicht mehr da, aber... Der Guten meinte, komm, Schuie hast du Bock, Maschinen zu verbacken. Ja. Und das sagst du natürlich nicht nein, ne? Nee. Aber wer bin ich denn? Der Schuie, ne? Das gehört dazu. Was heißt eigentlich, Schuie-Fan-Bug, äh... Meister? Schuie-Fan-der-Bug. Genau. Oh, jetzt hab ich hier... Geht er noch mit dem Agro-Vektor? Wenn ja, würde ich das gerne mal ausprobieren. Das kann sein, ich muss aber mal gucken. Vielleicht kann ich hier sogar noch einen Agro-Vektor entbacken. Wollen wir noch einen? Der noch frei ist. Oh, ja, ich flieg gerade sogar ohne Hilfe durch die Luft. 360, bitch. Ist das Liebe, ey? Ja. So, fuck. Ich glaub, da leh ich noch lustige Musik runter, dann wird's halt auch lustiger. Nimm die LOL-Musik von Score-Tex, den nervt voll. Nee. Hast du die gehört? Ja. Ja, geil, ne? Ja, bei meinem 50-Abo-Spash war da dabei, die Musik. Ich hab aber auch noch den Rechten gefragt, also die hatte ich wenigstens gehabt, ne? Ja. Hab ich in den Kommentar gefragt, kann ich die für meine Let's Plays benutzen? Ja, so dachte, ja. Und hab ich das ganz, mal ganz, ganz... Guck mal, hier steht auch noch ein Agro-Vektor. Gut. Verhält mir. Du bist beim Hof, ne? Ja, fast, also ich ging grad auf den Weg. Warte, da müsste ich jetzt grad mal den Max dran hier. Bam! Der ist weg. So, hier nochmal ein Case. Uh, da ist der Radlader. Uh, ich hab den Case mitgenommen, ne? Ja, ich hol grad den Agro-Vektor raus, der hängt grad noch am LKW fest. Oh, jetzt aber, jetzt aber, mit Schwung! Den Case da oben runter. Oh, hier runter, ja. Mit Schwung! Ah, scheiß Case, geht ja runter. Und fährst du mal bitte ein bisschen schneller? Ja. Wir sind gleich mitten in der Aufnahme. Ja, ich mein, ich war schneller sowieso. Kann ich auch langsamer fahren. Es ist ja auch mal der Radlader im Weg. Nein, dann ruhig noch kurz weg. Samen! Geh mal hoch. Ja. Ach, passt schon. So, jetzt guck, alter, der Radlader hängt fest. Warte, wollten wir mit dem Agro-Vektor ausprobieren hier? So, jetzt machen wir mal Warnblinker an, oder? Schaffen wir das? Habe ich jetzt nur hier hin? Warnblinker an? Warte mal, kuppelst du denn mal bitte ab? Warte mal kurz, ähm. Jetzt hab ich Warnblinker an. Jetzt müsste, ne, abkuppelt ist noch nicht. So, jetzt ist abgekuppelt. Okay. Warnblinker bringt auch voll geil jetzt hier. Den muss ich, glaube ich, die ganze Zeit. Ach, komm, jetzt machen wir mal. Okay, warte, ich muss mal in kurz, alle Licht anmachen, ne? Das Licht an, Licht an, Licht an, Licht an, nicht an. Ne, so, ich an, Licht an, Licht an. So, jetzt kannst du. Okay. Angeguckt? Was ist denn angekuppelt? Ah ja, fahr mal. Alter, das ist so. Kann ich doch die Geschwindigkeit regulieren? Ja, ein bisschen so. Also du kannst die Drehgeschwindigkeit ein bisschen regulieren, je nach, ne, je nach Höhe. Aber das ist mal, in Perspektive ist ein ganz geil. Jetzt haben wir auch voll die Disco, weil ich habe mir sogar noch Fernlicht angemacht. Warte mal. Oh, genau, jetzt habe ich was vergessen. So, jetzt, jetzt geht's. Ich muss nur eben kurz die Warnleuchten anmachen. So, warte, warte mal. Ich habe dich jetzt extra wieder runtergeholt. Schau mal, wo meine Schaufel ist. Ja. Ich war bei mir gerade in der Luft. So. Ich klappe jetzt mal ganz gemütlich in der Luft die Dinger ein hier. Mann, flieg! Flieg, Kartoffel. Flieg, Kartoffel. Alter, ist das übel. Warte mal. Äh, darf ich mal aus dem Agrovektor aussteigen? Ganz einfach. Warum ist das auch? Irgendwie soll ich jetzt wieder anhalten? Soll ich jetzt auch aussteigen? Nein, nein, ich lebe rein. Warte, 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 ich lebe rein. Alter, wir will ich denn jetzt? Das sieht so aus wie so eine Foto-Montage, als wenn man irgendwie ist und sie bewegen hinter dem Ungemacht und dann ist ein LKW einfach, weil der bewegt sich kaum. Der will... LKW und der Auflieger bewegen sich gar nicht. LKW und der Auflieger bewegen sich gar nicht. Das sieht so aus, wenn der einfach in den Stumpen an den Luft rumfliegen würde. So, ich steig jetzt aus. Wo ist der Agrovektor hin? Dahin. War geil. Gott, oh Gott, ich will nochmal. Ich auch. Like. Abonnieren. Genau, abonnieren, favorisieren, was du gehen und was man hört. Und unangieren. Genau. So, abgekoppelt? Mhm. So, das ist jetzt die letzte Runde für die Aufnahme, dann waren wir ein bisschen präfer. Und nekrophilieren. Ist zwar eigentlich nicht kein richtiges Wort, aber... Bist du drauf? Oder hast du da wieder angeschaut? Ich bin voll drauf. Klapp mal den Ausleger aus. Welchen Ausleger auch? Ausleger von dem, genau so. Huch. Das katapultiert uns vielleicht noch ein bisschen mehr. Warte, ich kann uns ja mal runterholen. Ich klebe gerade in der Wand, in den Boden. Jetzt geht's. Ich möchte mittlere Geschwindigkeit. Für die Kartoffelbar. Das ist schon ganz gut mittlere Geschwindigkeit, ne? Breakdance hier. Bisschen schneller? Ja, einen Tacken noch, einen Tacken noch. Warte, ich möchte wieder einsteigen. Ja, ich möchte wieder einsteigen. Boah, bin Heli. Wir fliegen gleich. Was ist das? Irgendwann, ey. Schau mal von der Seite. Das sieht richtig aus. Einfahren. So, dann stehen wir hier. Wir müssen hier auch. Alter, ist das episch. Riesenradfahren. Mit LKW. Komm, lass mal die Räder auch mal drehen hier. Warte mal, wir müssen das gerne langsam haben. Du machst das gerne langsam. Guck, guck. Salam. Das ist jetzt mal mit Schwung, mit Schwung. Große Nachfrage bei der Mühle für Gerste. Ach, das braucht doch keiner. Gerste habe ich nur 200 Tonnen oder so. Ui. Warte mal, komm. Wir machen jetzt mal Jumpstyle. Äh, nee. Fahr mal auf den Berg zu. Vor der Kanne. Genau, genau. Aber nicht irgendeinen Berg. Nee, fahr mal auf das Haus zu. Ich möchte schon wieder drüber springen können. Gleich. Hier schön mit allen möglichen Wannenblinkern und so weiter an. Ich nehme den Berg jetzt geiler. Warum gebe ich hier so schnell zugeil? Zwei Räder fahren, yeah. Ich habe es halt darauf, ne? Warte, sollst du mal andere Seite so? Komm schon, komm schon. Komm schon, los, los. Ah, naja. Nicht optimal. Nee, nicht optimal. Komm. So klappen wir jetzt über den Berg springen. Genau. Oh, oh, oh. Mach schon wieder auf, zwei Räder. Hui. Ich glaube, das klappt nicht so richtig. Ach, ich habe die noch eingefahren. Jetzt geht es besser. Das sieht richtig toll aus, so. Richtig schön, ne? Ey, warte, meinst du jetzt aus, wie wenn man die Zeit noch beschleunigen würde dabei? Ja, genau. Mach ich mal. So, jetzt. Zeit beschleunigen. Warte, warte. Oh, du hupst. Ja, klar. Na, ich möchte ihn kippen. Warte mal. So, jetzt. Oh, komm, den kriegst du doch vor. Warte, 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 warte. Was macht er denn hier? Oh nein. Hä, was macht er denn da? Wer? Der Druck. Tor. Na ja. Halt. Langsam, bitte. Engfahren. Boah, ey. Ich kriege das Ding lieber zum Stimmen. Einfach, einfach, einfach nach unten fahren. Hab ich ja. Einfahren? Nach unten fahren? Vielleicht auch reinklappen oder sowas? Ich steig aus. Haha, jetzt ist er weg. Wo ist der? Ach da. Ist schon geil. Weil er spielt jetzt 2 Millionen. Ne. Da muss schon irgendwie ein Frontal haben. Na ja, gut, ich würde sagen, für die Aufnahme dann mal Tschüss, ne? Ja. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Spaß. Und ja, bis zum Nächst. Jo, Tschüss.